ein wunderschönen guten abend weiter geht's hier mit unserem schicken bauwerk ich bin auch schon fast immer mehr überzeugt davon ohne mist jetzt so ohne mist ja am anfang dachte ich so das wird echt schwierig so umzusetzen aber mittlerweile hat man jetzt so einen stand wo man sagt darauf kann man aufbauen oder auch nie steine können sie bauen amphitheater du hast die bühne schön du hast die bühne schön da also da hast du mir heute was ins ohr geflöselt hier ins ohr geflöselt ja das ist so ins ohr geflöselt ja mensch wenn wir jetzt so überlegen im letzten folge main wir haben übelst noch termine das wird ja auch noch mal eine längere session wir wollten eine längere session mal machen weil nächste woche ist teil hier ja auch wieder nie da wollten wir ne genau auch kriegt man eigentlich hin bin eigentlich ganz gut ruf heute eingeschlafen ist jetzt natürlich noch die frage wie viel gibt der bausimulator noch her dass ich glaube wir sind gar nicht mal so weit vom naja wir haben noch ein paar aufträge die wir machen wollen aber ja das gehört jetzt eigentlich fast gar nicht hierher so richtig aber wir wollen ja noch die schule ist glaube ich noch nie fertig dann wollen wir noch ein paar aufträge machen ach der bohrer stimmt der fehlt noch gar nix also ich denke für heute ist noch genug material da ja ja und sonst fangen wir halt das nächste an egal genau bist du jetzt ohne das thema egal ja ich baue hier wie gesagt gerade die höhle die so ein bisschen unterschwendet wird oder wurde vor jahrtausenden die baue ich jetzt schnell tausenden menschen mit das so aussieht als wäre sie vor jahrtausenden eingeschwemmt wurden so nicht dass man das was wenn da hier erde ist ach da muss ich mir was einfallen lassen das krieg schon vielleicht kurz jetzt wird einfach hier drunter gebaut immer stelle ich doch nie so an eben bin das so außer gibt irgendwie schon langsam sind die höhle stein gestein hält ja deswegen schwäbisch hall dann glaube ich nur die amisen ganz kapiert dass man häuser ehren in der tornado region aus stein bauen sollte und nicht aus holzpappe plastik ja das ist durchaus möglich aber hey die haben halt auch pech beim denken ist halt so kannst du das machen bei denen eben mehr als beibringen kann man es nicht was willst machen taichi war halt auch dort hey das hat es jetzt nie viel besser gemacht als taichi das sieht ja es war mobbing war mobbing der kann nicht mal richtig hast du diese ehe nachricht hast du gelesen ja er kann immer richtig mal scheinbar nur noch amigülle nur noch aminachrichten sauerkraut und blö und was will er keine ahnung naja einmal dort gewesen und ja nimmer zu gebrauchen nimmer zu gebrauchen der gute naja gut ist er ja niemand mehr das ist es ja der wurde dort nie gefordert das kann sein geflötzt naja muss er ja wissen ja ja er wird schon klarkommen damit nur wenn er denkt dass das die richtige lösung ja so da hätten wir die seite das ist okay müssen wir hier noch zusehen dass man hier noch so ein bisschen hier kann alles aus stein werden genau da muss nämlich so ein bisschen hier überlegen wie man das umsetzt mir gefällt die ecke hier vorne noch nie da will ich dann noch mal schauen aber erst mal mache ich das hier innen ziehe ich das irgendwie hoch warum du musst jetzt weg du stehst eh unter mal viel prater wie kannst du hier wachsen tja manche bäume bilden sich auch was ein ja ja diese besonderen bäume ja ich bin ein baum ich bin tausend jahre alt ich habe hier recht was nö vergiss es ähm nee äh nee vergiss es sehr genau und schon haben wir wieder einen wald gebaut wie unser bob ross das hier aber so ist wir nennen jetzt so ross anthony kann es nie sein nee das war wieder jemand anderes zack da noch zu ja das hat schon mal was wie macht man das hier oben ich würde ja fast sagen so so das muss so bleiben das wieder weg vereinzelt nee das geht ja nicht ja setz erstmal eine leiter hin das sieht total natürlich aus machen wir einfach eine leiter also im schlimmsten falle leitern setzen ja hilft das geht immer welt braucht mehr leitern genau esst mehr leitern esst mehr leitern auch schön das ist ein schöner slogan der gefällt mir übelst gut da möchten wir hier unten ja auch alles aus stein machen glaube ich sieht sonst ein bisschen komisch aus so ne und hier wieder das na genau ach das wäre auch gegangen stimmt die option kann man so machen so gefällt mir nur dieser klotz hier nie machen wir tag muss ja was sehen hast du dir das mal angeguckt ja genau so habe ich mir dachte ich das ohne also anders kann ich es jetzt nie so nö könnte auch vom vom weltgenerator äh ungefähr ja mit barscht paar kleinigkeiten noch ja und der rest der baut sich dann hier auf und da meine noch ein paar ranken wenn ich jetzt wüsste wie die auf englisch hälten ach ich glaube bei blumen finde ich die ja äh hier weins ja das stimmt wollte gerade sagen weins sicherlich meins nee weins oh man ey nie zu viele das sieht dann auch wieder tof aus klatsch 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 aber auch ein paar und hier und dann hier noch eine und da dann lassen wir es mal wachsen let it rip es regnet wieder ach schön ja guck ich mal was du so gefabriziert hast ah das ist ein bisschen abgefackelt ja lang zaubern irgendwie müssen die ja reinkommen irgendwie einen aufgang noch bauen das stimmt ein fahrstuhl genau ja das sieht schon mal nie verkehrt aus ähm ja schickimicki hier müssen wir es jetzt so lassen hier bin ich mal gespannt wenn die wines Entschuldigung ja den Zaun waren die ganz durchgezogen sondern immer nur so in den geraden Stücken ich glaube das ist ja so mächtig dann man kommt auch nochmal richtig durch oben ja sieht doch ein bisschen es sieht halt so dass es leicht abgegrenzt halt ist so genau so ist ja die Intention dieses Zauns Niezelsicherheit das wäre albern ja eben das ist ja Quatsch nur irgendwie gut aussehen genau und sich abheben vom Weiß und keine Ahnung Sicherheit albern so dann müssen wir uns jetzt eigentlich Gedanken machen zum Aufgang oder? und dann bauen wir halt hier hinten alles drum rum ja ich würde halt jetzt hier so schräg ein bisschen den Hügel runterziehen und dann dort irgendwie eine Kiesstraße hoch oder eine Treppe aus Holz oder was auch immer oder Quarz oder oder man macht es so du hast am Anfang hier was weiß ich du kommst hier hin in die Mitte dann geht hier so eine Treppe hoch eine leichte und dann hast du nochmal einen Fußweg und dann kannst du halt so rechts links ein bisschen hoch dass du die Ränge dann noch gehen kannst ja dass du auf dem Berg nochmal einen Weg hast genau und dann kommt man dann mal wegen hier rein und auf der anderen Seite dort genau dass da A und B hast du immer brauchst du ja nie so genau hast du dann hier zwar und in der Mitte vielleicht noch, wa? weil hier hast du ja extra so eine Treppe oder in die Mitte kommt irgendwie so ein Häuschen so ein achten wo dann halt die Regie drin ist und wo die Scheinwerfer drin sind oder was auch immer das können wir ja dann noch machen, ne? erstmal wo ich den Hügel bauen ja angefangen habe ich ja schon an der Seite hier für dich aber auf der anderen noch nie dort versuche ich mal rumzukommen ja, ein bisschen Erde und natürlich ein bisschen random dran geklatscht und genau, das mache ich ja jetzt hier auch erstmal die Bäume hier weg hab hier ein paar Bäume, die weg müssen und dann schauen wir mal ob wir irgendwie zusammenkommen hier an der Seite wo fängst du an? äh dort wo die Felswand ist okay sind auf beiden Seiten Felswände naja, nie die ausgespülte sondern die Felswand ist okay okay, nice hey, das war detailliert beschrieben, ja? ich weiß nicht, was du schon wieder hast so, ich könnte dir gleich mit Gras nehmen da musst du ja scheiß nie wachsen genau, das habe ich auch immer gleich schön mit Gras nehmen ja das macht Sinn so mit einem Song auf einmal das Lied zu Ende ja, das war bei mir auch so vorhin aber bei mir dachte ich, weil ich einen blöden Kommentar gerissen habe den hat Minecraft nie gefallen dachte ich und da hat das aber ja wohl doch nie hm dann liegt es wohl doch nur an mir so oben wurde ich das weiß abstehen lassen ach so, das baust du schon so na gut, dann nie ne, ist okay ich wollte es eher einschließen gut, dann schließen wir es ein mächtiger aus, wenn man dann so runter guckt ja Macht ist Money oder so oder wie man das nennt die Mitte markieren irgendwie ich baue jetzt erstmal hier random drauf los und schaue dann wo es mir nie gefällt na hier muss ich halt irgendwie jetzt runter kommen ganz normal wenn ich das geschafft habe habe ich hier eigentlich schon die schwerste Ecke für mich die schwerste Ecke erstmal erledigt alles andere ist Sonnenblenderei mir blende die Sonne hier immer übelst ach so ja die steht doch gerade so das ist doof ein bisschen, wa? aber wiederum auch gehen ja hat irgendwas hat was das das stimmt so genau das führt jetzt hier irgendwie genau und dann mache ich einfach die Felswand weiter weil die muss ja an dem Bus dort vorn sein ach Sonne, geh weg genau wie geht die so ein bisschen runter richtig das macht Sinn ich kann es ja mal ein bisschen reingehen nur genau schön dann haben wir hier auch wieder Felsen zumindest denkt man das ich baue nur schon mal grob die Wege jo damit war damit das irgendwie wenigstens reinpasst muss ja irgendwie alles seinen Weg gehen, ne? ja muss der hier aber weg so und dann noch hier hin cool jo schön schöner Folgenabschluss kann ich nur so sagen in der nächsten Folge dann bastel ich hier dann den Weg langsam drum rum weil hier haben wir jetzt die Felsenwand durch das muss wieder ab und jo bis dahin wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020